Servus! Es wird alles zu tun, reden werden wir mit ihm nicht können, Manni ist sehr gelassen, er braucht gerade mal eben eine gar kein Problem, Manni, ist egal hier, auf Obersee, auf dem U-Boot, mit dem Kraken drin und Domino will uns klatschen. Ja. Ja, super. Hey, pull over, Octopus, you're going too fast. Hm, was haben wir denn eigentlich noch dabei? Dürfen wir eigentlich noch den Zerkleinere haben? Na, nicht mehr. Alles neu. Alles neu. Alles neu. Na ja, reden wollen wir mit ihm sowieso nicht. Na wunderbar. Domino ist nur der Typ der Mann, der Praktis-Ox-Regulation-Boxing und dann ein Blatt, wenn es Zeit zu kämpfen kommt. Ja. Stimmt natürlich. Stimmt natürlich, der hat nämlich doch da hier diesen, äh, diesen Punching-Ball in seinem Büro gehabt. Na, müssen wir wirklich mal die Sense rausholen. So. Lieber. Ups, was? Wie? Das war's? Komm, wir müssen... Moves, Moves! Das sieht nicht gut für die Kinder. Schau, Dom. Ich werde nicht für dich arbeiten. Oh, nicht mehr über das. Du bist Feuer. Bekommst du das. Deine Separation. Oh, nee. Ähm. Hm. So, also da kriegen wir so nichts... Okay. Wir müssen uns also... was einfallen lassen. Was machst du von deinem Tisch? Ich sende diesen Domino zurück zum Telefon. Da müssen wir was anderes machen. Ja. Schwester Strategie? Du hast immer deinen Boss gewonnen. Ich weiß, deinem Name ist Domino, aber du bist echt nur ein Pong. Bitte! Sagt der Comic Buch eine Linie, wenn du gewinnen kannst. Ja, das bringt uns wirklich gar nichts. Damit wie bei dem, was du sie riechen hast, Mann, hast du einen weckenen Attack und kein Following-Man. Und bei dem hier fliegen wir richtig auf die Fresse, ja genau. Und zwischendurch können wir nicht irgendwie reagieren und dann noch was machen. Okay, 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 okay. Gehen wir hin. Wir schaffen das. Ja, wir schaffen das. Das war jetzt keine absichtliche politische Anspielung. Oh, Moment, ach, jetzt fliegen wir jetzt auch schon auf die Fresse, wenn wir uns den nur angucken, da wird der Move, hell? Na gut, dann machen wir was mit dem. Wir pikseln den ins Auge und dann hoffen wir, dass der... Bäm! Ja! Haha! Tja! Wow! Wow! Why aren't you more like me, Manny? I've been trying to show you how, but you don't listen! If you just adopt the proper attitude, just look what could happen to you! Oh, wow! Oh, wow, 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 wow! Come! Ah, angelitos! Oh! Oh! Muchas gracias! Angelitos! Oh! Sehr geil! Ja, en ja später! Ja, tante tante tante! Mhm, oh! Hmm. Name? Pugsy Peligiano, Sir. Hmm. Wettungsraum Nummer 2. Next. Glorys! Glorys! Glorys? Where did you go this time? Errungenschaft freigeschaltet Jahr 3. Äh, dann sind wir jetzt im dritten Jahr, im letzten Jahr dann wohl, oder? Es, äh, ist ja, da geht dann ins Jahr 4. War das davor auch schon so, dass die Ränder anders waren in den anderen Jahren? Ich weiß das gar nicht. Das mit den Totenschädeln an den Rändern ist auf jeden Fall neu. Es wäre mir aber davor nicht eingefallen, nicht aufgefallen, dass das irgendwie so andere, äh, so Dinge, äh, andere Länder gewesen wären in den vorigen Jahren. Hmm. Wo sind wir denn nur hier? Wo sind wir da? Ist es, äh, hm. Hat das jetzt ein bisschen so ein Touch von Tibet irgendwie? Oder irgendwie so? Ja, es ist irgendwie, wir sehen ja irgendwie so aus wie so ein, ähm, wie so ein, wie so ein, wie so ein Sherpa. So. Das ist das Wort. Ja. 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 Oh. Oh, ist das die Nummer 9? Oh, 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 oh. Die Nummer 9. Und Hector. Ey. Oder? Ist das Hector? Oder war das ein Nick? Oh. Oh. Ah. Oh. Was? Was? Was ist denn da los? Und wo können wir hier überall hin? So, und wer bist du eigentlich? Hm. Wahrscheinlich, ja. Der Huder hat ziemlich geil. Äh, was wird denn schon passiert? What happened to that train? Your destiny cannot be purchased. I don't understand. Why has everyone been detained? Given a ticket, a soul may not sell it. Mm-hmm. They didn't sell their tickets. Someone else is trying to. Bring the tickets. That is all. Die Tickets sind in El Maro. Wie kann ich da schnell kommen? Diese Räume sind bereits da. Danke für die Hilfe. Die Garten öffnet. Die Garten öffnet. Es hilft nicht. Gut, wir werden das definitiv nicht zu Fuß machen. Das befürchte ich allerdings auch. Okay, das macht der Zug selbst. Das ist eine sehr meditative Grundstimmung hier, möchte ich mal sagen. Oh, okay. Das ist ja hier wie so ein Bahnhofsgebäude abgefahren. Und das ist ein sehr großes Areal, so wie es aussieht. Oh, das ist ja einer unserer Freunde. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass wir den auch mitgenommen hatten. Hey, hey. Na, was plantschst du denn da so? Ja, der magst du im Wasser. Ja. Gute reise, Käpt'n, auch eine Errung im Schaft. Dann haben wir sehen, ob wir dann nicht wieder im Kreisluft und irgendwie doch wieder zurückkommt. Argendwann, das Wasser ist hier gar nicht mehr Wasser. Okay, dann nicht. Kein Problem. Können wir da hin? Noch eine Errungenschaft. Ich könnte ohne weiteres aus dieser Welt, Punkt, 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 ja, aus dieser Welt verschwinden wahrscheinlich. Und das ist ja eigentlich ein Pfeil, also wir haben hier nicht die Möglichkeit, irgendwie was auszuwählen. Also irgendwie gucken oder nehmen oder interagieren. Gar nicht. Ah, und was siehst du da? Du guckst doch da irgendwo hin. Wohin guckst du denn da? Manuel. Nicht, dass wir mit dem Aus... äh, 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 anwählen können. Da muss ich wirklich mal, sorry, kurz, äh, zum Controller greifen und gucken, ob da doch nicht irgendwas anderes ist. Ich brauche jetzt keine Masse, ich bin hier. Wow, dieses Mural hat alles, was wir nicht in den Büro gelegt haben. Aha, ja. Ich würde lieber nur die Postkarte in der Gifffahrt kaufen. Das siehst du mal. Mit der Maus kann man sich das gar nicht angucken. Da ist nichts, keine Interaktionspunkte. Seine Klamotten ist auf jeden Fall schon ziemlich stylisch. Das sieht wahrscheinlich schon ziemlich geil aus, der, äh, der gute Manny. Aber was ist das hier alles? Was passiert? Wo sind denn die anderen überhaupt? Der Warteraum 2? Wo ist denn der? Ist das diese Tür hier vorne? Sollen wir da mal reingehen? Ne, da geht's doch da wieder raus, wahrscheinlich. Ja, klar, da geht's bestimmt wieder raus. Na gut, ähm, müssen wir also hier runter. Recently, I was visited by a bird with a human head. Do you know such a bird, Manuel Calavera? Vielleicht. No. Wie do you know my... He knew you. And for you, he left this. Note. Salvador. Salvador, is this from you? I know what you're up to. I've been watching. Stay there. I'm coming to scratch you myself. You're truly Hector Lamaans. Yijole. Vektor Well, thanks for the help The gate opens The gate closes It does not help It looks like I will Let's see if we can see But to see if we can see We are still going to see That it does not work Ok, we are going to see We are still going Here is nothing Also we are still here I will be able to see So, here we are We are still going And here we are und da geht es nach unten nochmal und dann nehmen wir erstmal den oh, oh, Glatis ist da oh, okay oh, okay oh, okay oh, Glatis oh, oh, er darf nicht sterben Glatis stirbt also, wenn er nicht fahren kann er muss die ganze Zeit fahren die sehen auf jeden Fall ziemlich abgefahren aus voll die geilen Stimmen, finde ich was ist los mit ihm, äh, wer seid die Jungs we are you guys we are mechanics, same as he but we have never before seen one of our kind so, so large what's wrong with him do you not know the one purpose, the one skill the one desire of this humble spirit yes, but we've been so far away from cars and civilization for so long why, why did he ever leave his home I, I got him fired and then, I needed a ride oh, Glatis oh, Glatis what have I done to you oh, eh can you cure him? his spirit has fallen so low, normal driving would not cure him in time he needs to go faster 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 Das kriegen wir hin. Wir müssen sehr schnell, nämlich nach, äh, El Morrow, ja. Hast du hier noch Fahrzeuge, die wir nutzen, um ihn zu retten? Nur die Fahrzeuge, die den Säulen, aber sie sind schlau, 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 schlau. Ich muss mich sehen, was ich kann. Komm zurück mit Lee, denn seine Zeit hier ist nicht lang. Irgendwie die, äh, LKWs so krass pimpen, damit, äh, hier Glodis sehr schnell fahren darf. Komm zurück, Lee, für seine Zeit hier ist er nicht lang. Jo, und wer bist du? Mechi, wir müssen zurück zum Amorrow für die Tickets. Oh, Glodis. Ich wundere, ob sie mich schlägt. Mechi, wir müssen... Oh, Glodis. Mehr hat sie uns nicht mehr zu sagen. Und du kleiner Mann auch nicht. Gondolas? Ich wusste, wir sollten diesen Seite des Mautes, bevor wir auf den Weg gehen. Hm. Hey, wie geht's eine Gondola-Ride, Gremlins? Er ist zu groß. Die Gondola ist zu lang. Hm. Ich fühle mich zu selbstbewusst, das zu tragen. Ja, natürlich, nur zu peinlich. Aber schaffen wir das, das auf jeden Fall. Ja, ja. Nicht zu schwer. Nein, nein, nein. Nicht zu schwer. So, dann gehen wir runter. Well, es ist gut, dass die Recycling-Oil hier am Ende der Welt ist. Meine Joens brauchen nicht mehr Öl gerade jetzt. Ich bin nicht bezahlt, um sie zu nehmen. Well, es ist gut, dass die Recycling-Oil immer noch das selbe Öl. Okay, okay. So. Werkzeug. Ja, ja. Richtig, ja. Können wir das mitnehmen? Sind die zu? Und da ist was drin? Ne. Aber verschlossen, tatsächlich. Ich weiß nicht. Ja, ja. Es sind die selben Dämonen. Die Mechaniker-Dämonen. Dämonen. So, gehen wir mal da rein. So, da sehen wir schon mal. Das können wir bestimmt mitnehmen. Das ist der Mug-Rack. Am Ende der Welt. Das letzte, was ich brauche, ist ein schieses Novelty-Mug. Besonders einer, der sagt, Gondola-Mechaniker, das machen wir ohne ein Netz. Zweitens. Ich habe keinen Mug, die zu hängen. Okay, willst du also nicht mitnehmen? Na gut, Manuel. Dann machen wir hier schon leider auf. Es ist voll von Ragen. Ja, können wir einen doch bestimmt brauchen für irgendwas. Was? Das sehe ich ganz genau so. Sag Hallo, Mr. Rag. Hallo, Mr. Rag. Haha. So, komm, zeig uns das mal. Sag Hallo, Mr. Rag. Hallo, Mr. Rag. Okay. Gut. So, haben wir noch mehr? Es ist voll von Ragen. Dann machen wir wieder zu. Na, mach doch wieder zu. Na gut. Dann nicht. Ich dachte, du machst du. Ein Toaster. Da ist eine Note neben diesem Toaster. Um zu evtl. Zu evtl. Mishapen. Bitte. Ihr Englisch-Muffins, nachdem du sie sie toastst. Boi. Aber dann, was mit den kleinen Mechanikern? Die kleine Englisch-Muffins in die kleine Englisch-Muffins? Okay. Wir können den Bedien schon mal. Das ist gut. Also eine Idee, die ich jetzt habe, weiß ich aber jetzt noch nicht, ob das überhaupt was bringen soll. Da so einen Lappen in den Toaster, um den Toaster kaputt zu machen. Aber ich hab da jetzt noch keinen Bedarf, da irgendwie was mit dem Toaster kaputt zu machen. Oder den Toaster kaputt zu machen. Und hier aufmachen. Kennen wir, kennen wir, kennen wir. Okay. Gut, kriegen wir jetzt also nicht auf. Aber ist auch der Griff nicht greifbar. So, okay. Na gut, dann schauen wir uns weiter um. Oder hier geht's nicht lang. Nö, nö, nö. Nö, 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 nö. Nö, nö, nö. Na, nö, nö. Und hier? Ich irgendwo, nö. Also. Nach oben. Da waren wir. Hier waren wir. Jetzt müssen wir runter. Oh. Ah. Mh. Die sind doch... Die sind doch deswegen genau nach unserem Geschmack. Ach, und hier geht's wirklich noch die Straße entlang. Oho, oho. Die sieht doch gut aus. Ne, wenn wir die nicht pimpen können. Ja, total. Die sind voller Särge. Hier. Nö, nö, nö. Nö, nö. Ich mach's nicht mal die Tür auf oder so. Schles mal rein. Was, hier gibt's nicht den Ding? Ja, aber Donorboxen und Kaffee-to-Go-Cups Gut, gut, schauen wir mal hier Na, na Oh, komm, bleib da Okay Ja Bleib doch da Was macht er jetzt? Na gut, okay Alles klar, du musst auch nicht machen Na gut, äh, ja Dann machen wir mal diesen Sarg auf, wenn er hier schon so provokativ da liegt Tatsächlich, mach doch mal auf Warte mal auf So Oh, nein Was, was, scheiß Wir haben keine andere Wahl Und wenn du hierher gehst, warum hast du mir nicht einen Lauf? Ah, bleib, ich komme aus hier Diese Welt ist für Suckern Ähm, okay Ja, was ist denn in dieser Tasse? Was für gelbes Zeug? Hat er da etwa reingemacht? Noch mal eine Errungenschaft Ich verschwimmen von hier in diese Welt Ist was für Punkt, Punkt, Punkt Ja, wir sammeln die ganzen Errungenschaften Weil es ja langsam aufs Ende zugeht Wir müssen noch bestimmt 100% Ich trinke, aber ich will nicht einen Packing-Foam-Mustache Ich trinke, aber ich will nicht einen Packing-Foam-Mustache Okay, der hat den wirklich noch Das ist ein Dingens da Doch, äh, hier Den, den Packschaum Ist das der Lappen? Ist das der Lappen? Ist der Mug, den ich Bruno gave Und ist voll von diesem Foam, den ich ihn in Okay, 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 okay Ähm, ist hier noch irgendwas? Ich habe bereits einen Mug voll von diesem Foam Alles klar, gut, gut, gut Wir müssen uns weiter umsehen Äh, liebe Freunde Aber das machen wir in der nächsten Folge Jawohl, denn diese Folge ist jetzt zu Ende Ähm, wir sehen uns aber morgen Bei der nächsten Folge Grim Fandango Oh Gott, jetzt kann ich ja schon mal reden Äh, vielen Dank fürs Zusehen Buenas noches, Freunde Und bis morgen Tschüssi